Ein wunderschönes Körperinstrument, das ist ein Monochord, das ist auf zwei Noten gestimmt, C und G. Es ist eigentlich ein Körperinstrument, das Mono-Illini. Dieses Monochord klingt nicht nur sehr schön, es erzeugt ganz tolle Depressionen, wenn man dieses Monochord auf den Körper auflegt. Und es gibt einen Song, der heisst Garden, unter Helly Vega, der wunderbare Musiker, der nach uns spielen wird, der wird jetzt mit uns spielen, Helly Ammono-Illini. Bis dahin. Bis dahin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020